Hier ist die Antenne Salzburg Singleshow. Und mit mir aktiv auf Partnersuche geht heute der Tom. Der Tom ist schon über 50, aber unter 1,50 groß. Er ist frischer Single, erlebt in Scheidung und wohnt in Amerika. Und er ist religiöser Fanatiker, aber auch er sucht seine große Liebe, weil es bisher a bissl Mission Impossible war. So Tom, komm mal zu dir. Grüß dich. Schön, dich kennenzulernen. Freut mich auch. Wie heißt du denn? Ich heiße Tanja, aber das ist jetzt Nebensache. Tom, wie hast du bis jetzt versucht, Frauen kennenzulernen? Naja, ich sehe sie mir natürlich im Fernsehen an. Ach so, diese sexy Sportclips oder wie? Die Berichte sind klasse. Ist verblüffend, wie viel man da mitkriegt. Hm, Tom, aber vielleicht ist ja gerade das der Grund, warum es mit den Ehefrauen bisher nicht so geklappt hat. Aber war trotzdem nicht aufgehört. Naja, wenn's meinst. Ja, man. Gut, ähm, ja, machen wir weiter. Tom, welcher Typ Frau soll's denn sein? Das ist streng geheim. Top Secret. Ich kann's Ihnen sagen, aber dann müsste ich Sie anschließend töten. Okay. Du, kann's sein, dass es vielleicht im Bett nicht so läuft. Was sagt denn dein Therapeut dazu? Er denkt, ich kann's nicht. Na, dann würde ich einmal drüber nachdenken. Nein. Na, dann nicht. Gut, probieren wir's trotzdem. Liebe Ladies, wenn ihr den Tom kennenlernen wollt, er ist, wie gesagt, schon ein bisschen älter. Er ist nicht der Größte. Warum? Gibt's da ein Problem? Aber er ist ein kuscheliger Typ für heiße Fernsehabende und eine richtig gute Partie. Das ist das wahre Leben im Radio. Die Antenne Salzburg Show mit Kathi und Christian.